Hallo zusammen und herzlich willkommen auf Collectiverse zu einer neuen Transformers War for Cybertron Earthrise Video Review. Und heute habe ich für euch Grapple aus der Voyager-Class der ersten Welle und der verwandelt sich offensichtlich in einen orangefarbenen Kran. Und das ist auch gut so, denn das ist, finde ich, sehr, sehr schön an Generation 1 angelehnt. Aber bevor wir ins Detail gehen, ein Blick auf die Verpackung. Natürlich typisches Earthrise-Design. Hier hinten ist wieder ein Teil dieser Sternkarte. Wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, dann mache ich da ein separates Video zu, weil ich das zwar eine interessante Idee finde, aber jetzt nicht so interessant genug, um das halt jetzt hier in einem Video lang und breit innerhalb der Review zu erklären. Wie gesagt, separat gerne, wenn ihr da Interesse dran habt, sagt gerne Bescheid. Und hier ein sehr schickes Artwork von Grapple. Fällt mir sehr gut. Hier auf der Rückseite. Roter und Fahrzeugmodus. Hier Interaktionsmöglichkeit mit diesem Stecksystem. 16 Schritte. Wie man es halt gewöhnt ist von Earthrise. Ich mag die Verpackungs-Designs. Und ja. Grapple verwandelt sich, wie eben erwähnt, in einen Kranwagen. Und der macht seine Arbeit, finde ich, ziemlich gut. Also ich mag das Design. Das strahlt hier wirklich pure G1-Essenz aus. Sieht auch sehr schick aus. Die ganzen Details hier. Wir haben hier diese schwarzen Streifen. Wir haben hier diese silbernen Details. An der Front des Fahrzeugs haben wir, hier das Fokus, haben wir das Autobahn-Symbol. Hier die Fenster, äh, Fenster, die Lampen. Hier ein bisschen Silber, hier Silber. Auch hier die Felgen. Die sind hier in orangenen Plastik. Hier orange bemalt. Und finde ich, sieht alles ziemlich schick aus. Hier auch wieder sehr viele Möglichkeiten, ähm, Waffen anzustecken. Zum Beispiel könnte man halt jetzt die mitgelieferte Knarre halt hier anbringen. So. Und auch hier ist eine, ähm, ein Steckplatz. Da ist nämlich das nächste Behörteil relevant für. Nämlich hier dieser Haken. Den kann er einerseits im Roboter-Modus in der Hand haben. Oder halt eben auch hier im Fahrzeug-Modus anstelle des Hakens. So. Und dann klappt man das so ein. Und dann hat er halt hier diesen Haken. Und in diesem Haken drin ist hier so eine, ja, fast schon eine Art Klammer. Ja. So. Und das ist ganz lustig. Denn damit kann man halt eben mit diesem, äh, Stecksystem für Basen und sowas interagieren. Jetzt nehme ich mal als Beispiel den Anhang von Optimus Prime. Mal so drehen, dass ihr das auch sehen könnt. So. Und dann kann ich das hier verbinden. Und. Ist auch ganz witzig. Kann jetzt auch hier Optimus das Schild klauen. So. Soviel dazu. Ist halt eine nette Spielerei. Kann man mal machen. Was ich ein bisschen schade finde, davon abgesehen, dass ich optisch nichts zu bemängeln habe, ist leider die Größe. Denn der passt im Fahrzeug-Modus nicht so ganz zu anderen LKW-Fahrzeugen. Ähm, wie jetzt hier zum Beispiel Optimus Prime. Äh, ja, es ist nicht unbedingt, wie man so schön sagt, in Scale. Man sieht halt auch gerade von vorne. Optimus ist einfach so viel größer. Also, es hätte dann zwar größentechnisch im Ruhrartermodus nicht mehr wirklich gepasst, aber rein vom Fahrzeug-Modus her hätte Grapple wohl eher in die Leader-Class gehört, mit entsprechender Größe. Ohne irgendwelche Zusatz, äh, Geschichten wie jetzt ein Anhänger oder halt hier bei Astro-Train. Ähm, dann hätte das größentechnisch auch besser, denke ich, dann später zu Deluxe gepasst. Ich habe jetzt noch keine Deluxe davon, Earthrise. Ähm, das ist so mein einziger Kritikpunkt im Fahrzeug-Modus eigentlich. Sonst finde ich, das ist alles sehr schick gemacht. Kann man hier wunderbar bewegen. Hat, finde ich, eine sehr schöne Spieltiefe halt auch dadurch. Kann halt auch hier ein- und ausfahren. Weiter geht leider nicht. Das wäre noch nett gewesen, wenn man da halt noch zusätzlich, ähm, eine weitere Schiene verarbeitet hätte, um das dann noch ein bisschen weiter auszufahren. Aber das ist, finde ich jetzt nicht so traurig. Und man hätte halt hier diese, ähm, ich weiß gar nicht diesen korrekten Begriff dafür, aber halt hier diese Ständer hätte man halt noch ausgeräumt. Oh, das ist eigentlich jetzt schon meckern auf hohem Niveau. Ich finde halt, äh, sonst macht er halt optisch absolut nix großartig falsch. Und finde ich sehr gelungen. Transformation finde ich auch sehr gelungen. Ähm, die ist zwar sehr einfach, aber effektiv. Und das mag ich ja eigentlich sehr gerne bei, äh, Transformers, wenn man sich da wirklich ein bisschen Gedanken gemacht hat. Ich fange mal damit an, dass ich hier das einfahre. So. Klappe hier die Arme aus. Sie sind hier mit so einem Stecker fünf Millimeter befestigt und kann jetzt hier da schon mal so runterklappen. Wichtiger Punkt ist hier an den, an den zukünftigen Roboterbeinen. Die sind nämlich hier mit diesem Krangestell verbunden. Und da müsst ihr wirklich ein bisschen vorsichtig sein und vorsichtig rausbeholen. Ich habe es bei mir zum Beispiel, äh, zum Glück schon ein bisschen lockerer gekriegt, dass ich da jetzt nicht mehr ganz viel Kraftaufwand betreiben muss. Aber man sollte halt trotzdem schon vorsichtig sein. Weil ich finde, das hier ist wirklich, hm, ein Punkt, bei dem ich Angst habe, dass, ähm, diese Stifte halt in Zukunft durchaus einfach abbrechen können. Weil die halt wirklich sehr wenig, ähm, im Halt haben am, äh, Rest des, ähm, Gestells hier. Im Zweifelsfalle, wenn ihr da denkt, ihr habt Probleme bei, dann, ähm, nehmt irgendwas zur Hilfe, um das halt rauszuhebeln, weil die Stifte sind relativ lang und dadurch besteht doch eine gewisse Gefahr, dass sie halt hier drin stecken bleiben und abbrechen. Also vielleicht zur Not mit irgendwas drunter hebeln. So. Jetzt die Arme trennen und nach vorne klappen. Hier sind so längliche Stifte. Die packen hier rein. So. Und so. Und das hier finde ich auch eine sehr interessante Konstruktion. Hier ist wirklich wie so, so eine Ziermonika faltet sich das zusammen. Und was ich fast schon, also ich hatte jetzt Masterpiece nur den Inferno, aber ich denke mal, ein Inferno wird hier unweigerlich noch als Repaint kommen. Und das finde ich auch gut so. Dazu später mehr. ist der Kopf nicht hier im Führerhaus des Fahrzeugs, sondern er ist wirklich hier hinten, wie es bei G1 war, hier hinten verborgen. Und das finde ich auch sehr gut gelöst. Denn hier klappt man das einmal so um, so zack, und schon hat man den Kopf. Ich falte das jetzt hier zusammen, die Ziermonika. Und ihr seht hier diese hervorstehenden Plastikteile, die schnappen sich jetzt hier den Kopf und halten hier jetzt fest. und dieses Kranteil, das finde ich halt auch, das sitzt hier auch nochmal auf einem Gelenk und dadurch kann man das hier einklappen. So. Und hat jetzt platzsparend und kompakt hier diesen Krananteil am Rücken hängen. Also, so wie es sein soll auch. Das ist ja halt eben Generation 1 akkurat. Und auch die Transformation der Beine finde ich sehr gelungen. Wir klappen das jetzt einmal aus. So. Das sieht zwar noch ein bisschen komisch aus, aber zack, Doppelgelenk, zack, Doppelgelenk. Fertig. So jetzt noch die Arme drehen. Die lassen sich hier rausrotieren. Die haben auf der Rückseite aber halt auch noch hier so einen Steckplatz für Waffen und Zubehör. Das ist ganz praktisch, denn wir können jetzt hier zum Beispiel die Kralle anbringen. Oder was auch noch mit dabei ist, um es halt eben auch Generation 1 akkurat zu haben, ist hier diese diese Nadel, sag ich jetzt mal. Die ist hier befestigt, die kann man abmachen und im Ruarte-Modus anbringen. Und das sieht, finde ich, auch ziemlich gut aus. Wenn ich mir jetzt noch hier seine Knarre in die Hand gebe, sieht das noch guter aus. Und ja hier, die Kralle kann ich jetzt zum Beispiel hier anbringen. oder kann sie halt eben auch hier unten wieder anbringen, wie ihr es halt haben wollt. Ich finde, die stört jetzt auch nicht wirklich sonderlich. Mal ein bisschen runter, so. Und ich finde, das sieht doch eigentlich ziemlich gut aus. Mal ein bisschen, so. Also da habe ich eigentlich echt nichts zu meckern. Der Roboter-Modus gefällt mir wahnsinnig gut. Jetzt mal zwar halt diesen Kran, äh, diesen Kranarm halt hinten dran hängen, aber das ist halt Generation 1 akkurat. Und auch sonst finde ich halt auch, ähm, die Extremitäten relativ schön abgeschlossen. Klar, hier hat man halt so ein paar kleine Lücken. Hier ist es natürlich eher transformationsbedingt, wobei man halt auch durchaus einfach hier in so eine Klappe hätte einbauen können, wie es bei Optimus Prime der Fall ist. Ähm, ist jetzt nicht so tragisch. Ähm, ein bisschen unästhetischer hingegen finde ich halt hier diese orangenen, ähm, Teile an den Beinen. Ähm, da wird wahrscheinlich wieder irgendein Third-Party-Hersteller sich freuen und halt hier so, so Filler, äh, Teile herstellen, ähm, für 3D-Drucker. Oder halt eben Design für 3D-Drucker. Und dann kann man sich da halt eben diese Lücken ein bisschen auffüllen. Schöner wäre es gewesen, wenn Hasbro das gemacht hätte, aber ja gut, da weiß man mittlerweile, wie der Hase läuft bei denen. Ähm, ist halt so. Wir leben halt in Zeiten, wo halt an Plastik gespart wird, weil Plastik kostet Geld, Plastik, ähm, ist schlecht für die Umwelt und, äh, ja, längere Geschichte. Das wäre vielleicht mal ein interessantes Thema für einen Podcast, denke ich. Könnt ihr mir auch mal gerne eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Thema Umweltschutz und Plastik und, äh, im Kontext von Actionfiguren. Aber diese Actionfigur ist definitiv keine Plastikverschwendung, denn, ähm, die gefällt mir ziemlich gut. Habt ihr ja schon gehört. Und ich zeige euch mal die Beweglichkeit. Wir haben nämlich hier ein Rotationsgelenk im Kopf, kein Kugelgelenk. Ähm, wäre halt hier auch ein bisschen eingeschränkt und ich glaube, transzend uns, aber halt eben designtechnisch wäre es, glaube ich, auch schwer hier irgendwie eine, ähm, geeignete Basisplatte für ein Kugelgelenk zu machen, weil ich denke, ein Kugelgelenk steht halt doch stark unter Stress. Und, ähm, die Platte ist halt sehr dünn. Also kann ich das irgendwo designtechnisch nachvollziehen und halt eben auch, klar, die Beweglichkeit hier drin wäre halt eher etwas eingeschränkter. Nichtsdestotrotz gefällt mir das ganz gut. Dann auch hier Schultern, eine schöne Beweglichkeit. Finde ich absolut ausreichend. Auch hier schön halt die Details. Dann hier Rotation. 90 Grad Ellenbogen. Ja, Hand zähl ich jetzt mal nicht mit, das ist eher transformationsbedingt. Dann hier Taillenrotation, was Wave-Mate Starsky man leider ein bisschen vermissen lässt. Dann, ähm, natürlich hier, Oberschenkel, Hüfte, kein Problem. Rotation. 90 Grad Ellenbogen, äh, Ellenbogen, hm, Bein-Ellenbogen, Knie meine ich natürlich. Ähm, kein Ding. Füße lassen sich transformationsbedingt natürlich auch ein bisschen bewegen und natürlich der sogenannte Enkel Pivot. Auch hier mit ziemlich gutem Spielraum. Kann man nicht meckern. Gefällt mir doch ziemlich gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch wahnsinnig auf, ähm, das unumgängliche Repaint zu Inferno. Das ist einer der wenigen Momente, wo ich sage, ja, da freue ich mich richtig auf das Repaint. Ähm, ob das klug war, Grapple vor Inferno zu bringen, hm, spannende Frage. Also ich denke mal, es ist schön, dass Grapple auch mal ein bisschen Liebe abbekommt, aber ich glaube, auf Inferno hätte ich ein bisschen mehr Bock gehabt. Aber Inferno ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass er eine Figur hatte. Ich glaube, das letzte Mal war es ja zu Combiner Wars, Power of the Primes, äh, hatte der, glaube ich, das Repaint von, ähm, Hotshot. Ne, Hotspot, Entschuldigung. Und, ähm, prinzipiell, daher nett, dass Grapple ein bisschen Liebe abbekommen hat. Übrigens auch das Gesicht sieht, finde ich, sehr gut aus. Wenn es denn mal im Fokus wäre, so, ja. Schaut ein bisschen grimmig aus der Wäsche, wäre ich, würde ich wahrscheinlich auch, wenn ich irgendwie ewig auf eine neue Figur warten müsste von mir. Ähm, von daher, fällt mir sehr gut. Also allgemein, die Details an den Earthrise-Seek-One, das kann man gar nicht häufig genug sagen. Also halt hier, diese ganzen Panels, ähm, diese feinen Strukturen und Details, das ist einfach, äh, finde ich, ein sehr schönes Niveau, was Hasbro sich da, ähm, angeeignet hat. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Und dann habe ich hier noch einen Größenvergleich zu seinem Cheffe, dem Optimus. Und mir gefällt natürlich, dass Optimus ein kleines bisschen größer ist als Grapple, weil Optimus ist der Anführer, der muss für mich einfach größer sein. Und prinzipiell finde ich auch, dass man halt hier einen relativ guten, ähm, Größenvergleich hat. Ähm, ein bisschen weiß nicht, Vergleich, ähm, na. Man hat hier wirklich, äh, die Größenverhältnisse gut getroffen, finde ich. Und das gefällt mir ganz gut. Ähm, natürlich muss ich, wie gesagt, nochmal, ähm, anmerken, dass halt der Fahrzeugmodus von Grapple mir persönlich ein bisschen zu klein ist, im Kontext mit anderen Figuren. Ähm, aber prinzipiell merkt man natürlich, dass Hasbro den Fokus, was Scale, also Größenverhältnisse angeht, äh, definitiv auf die Roboter-Modi gelegt hat. Und das ist halt für mich auch in Ordnung, weil ich stelle die Figuren, äh, zu 99% im Roboter-Modus aus und, ähm, kann daher mit diesem Faktor durchaus leben. ähm, und wer da Mehrwert drauf legt, der hat, sag ich mal, immer noch die Masterpiece-Reihe, ähm, da hat halt komplett, ähm, das Größenverhältnis mehr Fokus als jetzt hier die Generations-Figuren. Ähm, kleine Anmerkung noch, hier sind auch überall diese kleinen 3mm, ähm, äh, Stifte, wo ihr dann halt eben Waffeneffekte dran machen könnt. Habt ihr auch hier vorne an diesen, ähm, silbernen Spritzdings und auch hier an der Knarre. Also, wie gesagt, für mich eine sehr gute Figur, ähm, macht für mich keine groben Patzer und ich hab da meinen Spaß dran. Also, es sieht gut aus, ist beweglich und, äh, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ein großer Fan von Grapple werden könnte. Also, Hasbro, ihr habt es mit dieser Figur geschafft, dass ich Grapple mag. Nicht schlecht. Ja, wie seht ihr das Ganze? Wie findet ihr Grapple? Ähm, wen mögt ihr lieber? Grapple oder Inferno? Da bin ich mal gespannt, wie da die Meinungen auseinander gehen werden. Schreibt es mal in die Kommentare und wenn ihr die Figur käuflich erwerben wollt, findet ihr hier unten in der Video-Info den Link zu unserem Partner-Shop Actionfiguren24, wo ihr Grapple, Optimus Prime, ähm, Starscream und viele weitere Transformers, Earthrise, Siege, Studio Series und so weiter und so fort und noch andere Actionfiguren rein käuflich erwerben könnt. Hier unten in der Video-Info draufklicken und sonst lasst Däumchen da oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Bis dann. Bis dann.